Das Bermuda-Dreieck ist Schauplatz geheimnisvoller Vorfälle. Spurlos verschwinden Schiffe, Flugzeuge, Menschen. Ist eine außerirdische Macht der Schlüssel zu jenem Geheimnis? Roboter der Sternen. Die Invasion einer intelligenten Rasse. Ihr Ziel, die Beherrschung des Planeten Erde. Sie verfügen über Technologien, die bei irdischen Wissenschaftlern Angst und Unsicherheit auslösen. Hyperspace-beschleunigte Antriebe. Schutzschirme aus reiner Energie. Erzeugung von Antigravitationsfeldern und Psychostrahlen. Erzeugung von Antigravitationsfeldern. Helium. 군Ы 444, All dies wird gelenkt und gesteuert über die Schaltzentrale ihres Unterwasserstützpunktes. Gibt es eine irdische Superwaffe, die den extraterrestischen Vorstoß aufhalten kann? Gelingt jenen Wesen aus dem All die Machtergreifung über unsere Erde? Roboter der Sterne. Demnächst hier.